Servus Leute, Raidboss Nunu hier mit einer weiteren Folge und heute möchte ich mit euch über die Dungeon Pause sprechen. Ich bekomme häufig mit, dass viele den Begriff zwar kennen, aber unsicher sind, ob und wie sie das Ganze angehen sollen. Wenn ihr erfahren wollt, wie man eine typische Dungeon Pause spielt, warum es sich überhaupt lohnt eine zu spielen und ob ihr der Typ von Spieler seid, für den es empfehlenswert ist eine zu spielen, dann bleibt gerne dran. Let's go! Zunächst was Allgemeines zum Begriff der Dungeon Pause. Sie bezeichnet eine Strategie für fortgeschrittene Spieler, ist das taktische Aufsparen von Dungeons und verfolgt als Ziel einen langfristigen Spielvorteil. Fangen wir an mit einem Beispiel für eine typische Dungeon Pause. Am Anfang hat man das Early Game, wo versucht wird, die Dungeons möglichst schnell zu pushen, möglichst schnell im Level aufzusteigen. Mit Level 370 geht man dann in die Dungeon Pause, das heißt man pusht keine Dungeons mehr, sondern hebt sie auf und mit Level 470 löst man sie alle auf einmal auf, um sich einen Boost zu verschaffen Richtung Level 500, wo es dann ins Late Game geht. Ja, warum lohnt es sich denn Dungeons aufzusparen? Schauen wir uns hier eine Grafik an. Bei der blauen Kurve seht ihr den Anstieg der Erfahrung, die ihr pro Quest bekommt. Mit jedem Level Up bekommt ihr mehr Erfahrung, benötigt aber auch mehr pro Level Up. Bei Level 393 benötigt ihr dann immer 1,5 Milliarden XP pro Level Up, also das erreicht ein Plateau, während aber die erhaltene XP pro Level Up immer sinkt, immer weiter sinkt. Das heißt mit jedem Level Up dauert es länger das nächste Level Up zu machen. Wenn wir jetzt hier den Zeitstrahl drüber legen, gehen wir wie gesagt mit Level 370 in die Dungeon Pause, wo man schon relativ viel Erfahrung erhält. Mit Level 500 wären wir dann aus der Dungeon Pause raus und hier seht ihr quasi den Abschnitt, den wir am Ende gepusht haben. Das heißt die Dungeons, die einen festen XP Wert geben, sparen wir uns auf, weil sie umgerechnet mehr an Zeit gewinnen. Ein Level Up entspricht etwa 5 Dungeons und diese 5 Dungeons bekommen rechnerisch einen Zeitwert. Also ein Level Up dauert vielleicht vorher 3 Tage und später dann 10 Tage. Das heißt diese 5 Dungeons bekommen mehr an Wert und generieren, wenn man sie aufhebt, einen XP Vorteil. Bei der Dungeon Pause dreht sich es aber nicht allein um die Frage nach der XP, sondern letztlich geht es darum, wie lässt sich die Kampfkraft des Spielcharakters am schnellsten steigern. Also wie schaffe ich es immer möglichst hoch in der Ehrenhalle zu sein und den anderen Spielern auf die Mütze zu geben. Hier wieder unser Zeitstrahl und da schauen wir uns an, wie sich das in den einzelnen Basen des Spiels verhält. Im Early Game habt ihr das klassische Dungeon Pushen, also ihr wollt Level Ups generieren möglichst schnell, Stats von neuen Items bekommen und deswegen immer Dungeons pushen und neu equipen. Dungeons pushen, neu equipen, weil euch das am Anfang die meiste Steigerung bringt. Im Late Game, also nach meiner Definition ab Level 500, wollt ihr dann die Base Stats erhöhen. Ihr habt da ein hohes Gold-Einkommen und könnt deswegen sehr viel in eure Base Stats stecken. Zwischendurch habt ihr aber eine Hürde oder mehrere Hürden. Und zwar bekommt ihr weniger Vorteil durch Items, gleichzeitig ist aber das Gold-Einkommen noch gering. Was genau ich damit meine, möchte ich euch kurz mal an Beispielen erklären. Bei den Items ist es so, dass sie immer einen festen Wert geben. Also für jedes Level Up bekommt ihr eine ungefähre gleichbleibende Steigerung. Wenn man jetzt zum Beispiel 5000 Stats hat und durch neue equipen plus 500 bekommt, machen das 10% aus. Wenn ihr aber schon 20.000 Gesamtstats hat und durch neue equipen auch 500 bekommt, macht es natürlich nur noch 2,5% aus. Das heißt, die Steigerung ist zwar die gleiche, aber im Verhältnis fällt sie geringer aus. Beim Gold-Einkommen ist es so, dass ihr mit Level 370 beispielsweise 150 Milliarden am Tag macht, geschätzt, mit Level 500 aber schon 750 Milliarden am Tag. Und dann später noch viel mehr. Gleichzeitig sind aber eure Base Stats schon bei 10 Millionen, also Kosten pro Punkt 10 Millionen. Wie ihr aber seht, ist das Gold-Einkommen noch sehr gering. Das heißt, ihr erreicht hier in der Charakterentwicklung wie eine Art Plateau. Weil, wie gesagt, die Items nicht mehr so viel Steigerung geben, gleichzeitig aber euer Gold-Einkommen noch zu niedrig ist und erst wieder im Late Game deutlich ansteigt. Was ist also letztlich das Ziel einer Dungeon-Pause? Zunächst habt ihr einen Level-Rückstand. Ihr habt erstmal weniger Levels als jemand, der keine Dungeon-Pause spielt. Dadurch habt ihr auch zunächst weniger Gold-Einkommen. Aber, wenn ihr die Dungeon-Pause auflöst, habt ihr 5 bis 10 Level mehr, je nachdem wie ihr die Dungeon-Pause spielt. Und, dadurch, dass ihr ein höheres Level habt, habt ihr auch mehr Gold-Einkommen als jemand, der keine Dungeon-Pause gespielt hat und wollt dadurch den Nachteil aufholen und sogar überholen. Letztlich ist der Vorteil von einer Dungeon-Pause noch nicht zu 100% bewiesen. Daten von Live-Servern legen dies jedoch eindeutig nahe, zum Beispiel auf W50, wo mittlerweile die Leute ihre Dungeon-Pause aufgelöst haben und einen eindeutigen Vorteil erzielen konnten. Es ist auch so, dass zum Beispiel Top-Gilben, die auf EU5 spielen werden, auf dem übernächsten Server, dass die das sogar als Voraussetzung mittlerweile machen, dass man eine Dungeon-Pause spielen muss. Wie wird denn jetzt genau eine Dungeon-Pause gespielt? Man startet zwischen Level 360 und 390 und löst diese wieder auf zwischen 450 und 480. Danach pusht man Richtung Level 500 und möchte möglichst dieses Level erreichen. Ab da wechselt man dann von XP zu Gold-Quests. Man kann auch am Anfang erst Hybrid spielen, also zwischendurch noch eine gute XP-Quest nehmen, möchte dann aber mehr und mehr zu Gold wechseln. Ab Level 393 lohnt sich eine Dungeon-Pause immer. Als Faustformel könnt ihr nehmen, dass die Levels vor 393, die ihr beginnt, dass ihr danach das Doppelte an Levels mindestens warten müsst, bis ihr die Dungeon-Pause auflöst. Als Zahlenbeispiel, wenn ihr mit Level 360 beginnt, also 33 Level vorher, müsst ihr mindestens 66 Level später die Dungeon-Pause wieder auflösen, damit es sich rentiert. Zur Erinnerung, die XP-Kurve, ab Level 393 benötigt ihr das Maximum für ein Level ab, also erhaltet ihr auch das Maximum vom Kalender-Level ab. Und die Level, die ihr vor Level 393 in die Dungeon-Pause geht, wollt ihr mindestens doppelt so lang wieder rausgehen. Und wie gesagt, ab Level 393 lohnt sich eine Dungeon-Pause immer. Die Vorteile von einer Dungeon-Pause sind, dass ihr eine Pause macht, wo ohnehin ein Tief in der Charakterentwicklung besteht. Ihr spart enorm viel Pilze, weil ihr ja ca. 100 Level keine Dungeons pusht und auch kein Neu-Equippen macht. Wenn ihr danach neu equipt und Dutzend Dungeons for free macht, habt ihr einiges an Pilze gespart. Und ein weiterer Vorteil, man kann besser mehrere Accounts managen. Wenn man ein Server-Start spielt, die ersten drei Monate reinpusht und viel Zeit investiert, wird danach der Account ruhiger und wenn man einen weiteren Server-Start spielt, lässt sich das besser managen. Aber Achtung, die Dungeon-Pause ist nicht für jeden geeignet. Das Beispiel der Dungeon-Pause von 370 bis 470 dauert über 15 Monate. Das ist eine enorm lange Zeit und es braucht eben Erfahrung und Langzeit-Motivation dafür. Ihr müsst genau wissen, was ihr tut und müsst auch durchhalten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ist es besser, keine Dungeon-Pause zu spielen, um eure Motivation zu behalten. Ihr habt dann vielleicht einen Nachteil, aber bleibt trotzdem dran und das ist am Ende des Tages besser, als gar nicht zu spielen oder zu quitten. Kommen wir noch zu ein paar Tipps für fortgeschrittene Spieler. Um das Spiegelbild in der Schattenwelt zu legen, solltet ihr mindestens bis Level 393 warten, weil das mit Level skaliert und mit Level 393 die maximale XP gibt. Ihr könnt vor der Dungeon-Pause Dungeons legen, die zur Pad-Freischaltung benötigt werden. Das ist zum einen der 22. Licht-Dungeon mit dem Wasser-Pad Trithostach und der 15. Schatten-Dungeon mit dem Schatten-Pad Dye-Platz. Wenn ihr euch nicht genau sicher seid, welcher Dungeon das ist, die sind mittlerweile durchnummeriert. Wenn ihr in der Dungeon-Ansicht mit der Maus drüber geht, dann bekommt ihr angezeigt, welche Nummer der Dungeon hat. Da könnt ihr nachgucken. Dann ist es auch so, dass Licht-Dungeons und die Dauerschleife die Edole Einträge für das Sammelalbum geben, also den Prozent-Bonus des Sammelalbums erhöhen. Aufgrund dessen ergibt sich die Empfehlung für eine Dungeon-Pause ab Level 370, dass man die Schatten-Dungeons und den Wirbelwind schon ab 360 spart und wie gesagt die Licht-Dungeons und die Dauerschleife erst bis 380 spart, damit ihr noch ein bisschen diese Einträge mitnehmt und für die Dauer der Dungeon-Pause einen geringfügig höheren Prozentsatz an Bonus auf die XP habt. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Eine Dungeon-Pause ist immer unterschiedlich abhängig von der Klasse und eurem Pilzeinsatz. Unterschiedliche Klasse können unterschiedlich schnell in Dungeons pushen und auch je nachdem wie viel Pilze ihr reinsteckt, seid ihr schneller oder langsamer. Aber die Level-Bereiche, die ich genannt habe, geben einen allgemeinen Richtwert, wann ihr in die Dungeon-Pause gehen könnt und wann ihr wieder rausgeht. Es ist eine Strategie, um langfristig hoch in die Ehrenhalle zu kommen. Wenn ihr also die Erfahrung und das Durchhaltevermögen habt, dann ist sie auf jeden Fall etwas für euch. Ab Level 393 lohnt sich die Dungeon-Pause immer und sie lohnt sich sogar für Free-to-Play. Allerdings kann es da natürlich sein, dass sie sich noch länger zieht, je nachdem man sie auflöst und ihr deswegen noch mehr Durchhaltevermögen braucht. Wenn ihr allerdings nur zum Spaß spielt, ist es besser im Zweifelsfall darauf zu verzichten, damit ihr dennoch eure Langzeit-Motivation behaltet. Und vielleicht geht ihr dann einfach auch nicht für den Vergleich und euch ist eine Ehrenhalle-Platzierung gar nicht so wichtig. Die Dungeon-Pause länger zu halten lohnt sich nur, wenn ihr für Level-Rekorde geht. Das liegt daran, dass ihr ja das verlorene Gold aufholen wollt und die anderen überholen wollt, die keine Dungeon-Pause spielen. Wenn ihr allerdings die zu lange zieht, seid ihr höher im Level, aber fallt in den Base-Stats hinterher und seid wieder schwächer in der Ehrenhalle. Zum Schluss möchte ich mich noch bei den Betreibern des SF-Tavernendiscords für die vielen Infos bedanken. Der FAQ-Channel ist extrem hilfreich. Wenn auch ihr in das Tavernendiscord wollt, könnt ihr im Spiel auf das Zahnrad klicken und unter dem Reiter Hilfe und Support habt ihr hier das Icon, da könnt ihr draufklicken und habt direkt den Discord-Link. Es ist ja so, bei Shakespeare hat man manchmal den Eindruck, dass man erst 5 Semester Informatik studieren muss, um alles wirklich durchzublicken, weil sich leider vieles noch nicht intuitiv erschließen lässt. Das hat sich auch schon gebessert, aber ist immer noch manchmal kompliziert und deswegen ein großes Danke an die Betreiber des SF-Tavernendiscords, dass da so viele Infos bereitgestellt werden. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Falls ihr immer noch Fragen haben solltet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zum Schluss möchte ich aber auch noch Werbung machen und zwar für die SF-Creator-Community Deutschland, wo vor kurzem ein Discord-Server gegründet wurde, wo ich und viele weitere Creator vertreten sind. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt mit SF-Content und möglichen Projekten, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich mache euch einen Link in die Beschreibung und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!